Jo, einen wunderschönen guten Samstag. Der gute Jerry Clarkson hat ja die Woche das Fasten angefangen und hat dann sowas wie eine Challenge ins Leben gerufen, von wegen No Quali. Ja, Hashtag No Quali ist das, glaube ich. Ich habe es mir gerade angekickt, nochmal das Challenge-Video und weiß jetzt nicht mehr, was er da gesagt hat. Spitze. Egal, wie dem auch sei. Das passt mir ganz gut, weil ich habe für dieses Wochenende nichts großartig vorbereitet. Vorbereitet ja, also. Ich wähle das noch umher, nicht, dass irgendjemand hier was erkennt. Und zwar fällt das Rockarts-Video diese Woche aus, weil arbeitsbedingt war ein bisschen hektisch die Woche. Normalerweise drehe ich die Dinger Donnerstag ab und mache sie dann Freitag fertig und dann gleich hoch. Dann habe ich mir irgendwann sowieso gesagt, Mensch, mach doch die Dinger einfach irgendwann am Wochenende. Scheiße, ja. Ja, da kamen jetzt aber noch ein paar andere Sachen dazu. Und zwar der Kollege hier. Sieht man den? Hier geht man ein Stück näher an. Ach ja. Der Gute hat momentan ein paar Probleme. Und zwar mag der mich zur Zeit nicht, was Neustarts angeht. Wenn einer von euch irgendwie Ahnung von PCs hat, immerher mit der Info. An dem Vibrieren merkt ihr, dass ich das mit dem No Filter, No Quali hier nur Handyaufnahmen ernst nehme. Generell mache ich alle Videos mit dem Handy, weil ich keine Kamera habe. Und zwar kurz zu meinem Rechner. Ich habe mir neue Lüfter eingebaut, Top Lüfter, weil das Ding, ja, es war halt schon lange mal fällig. Und nun habe ich das Problem, dass, wenn ich jetzt irgendwas installiere oder sonst was, kommt ja gerne mal die Meldung neu starten. Und das Problem ist, er fährt runter und fährt dann wieder hoch oder er will hochfahren. Also man hat jetzt vielleicht gesehen, der PC leuchtet hoch. Das liegt an den Ventilatoren. Und das Problem ist einfach, dass er 5 Sekunden versucht hochzufahren. Wieder runterfährt, hochfährt, runterfährt und das Ganze macht er, weiß ich nicht wie lange. Er macht das eine ganze Weile und irgendwann macht das nicht mehr, weil ich die Schnauze voll habe und hinten den Hauptschalter ausmache. Liegt das an der Leistung von den Lüftern? Eventuell, dass er jetzt mehr ziehen muss, aber nicht damit klarkommt und deswegen ein Kaltstart okay ist, weil er da generell alles hochfährt? Oder liegt das an einem anderen Problem? Okay, wenn ihr noch eine Ahnung habt, ja bitte Bescheid sagen. Jo, ein anderer Grund denn noch, warum es kein Rockharts-Video geben wird die Woche. Ich finde es stativ nicht. Es war ein banaler Grund jetzt für die meisten vielleicht, aber ich könnte natürlich auch so ein Rockharts-Video machen. Aber darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen die Woche kam ja schon was. Ein Song von mir und Benamusic. Wer den noch nicht gehört hat, ne, machen. Und wäre cool, wenn Feedback... Dann sagen wir, wir feiern es mal, dass der Rest so ist bei den NoQuali-Hashtag-Videos dafür, Jerry. Aber soweit ist das so die Möglichkeit. Ja, das ist der einzige Beitrag jetzt vom Rockharts die Woche. Die Flagge. Ähm, ansonsten... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das einzige, was ist das Video jetzt unterscheidet von dem, was sonst kommt, ist, es ist weder geschnitten, noch sind da Bilder mit drin, noch, noch, noch irgendetwas anderes. Weil, wie gesagt, ich nehme generell immer mit Handy auf. Und, jo, da Jerry das aufgerufen hat, fand ich das ganz passend, damit ich ein bisschen was habe. Juuu, dann werde ich mal hier ein bisschen klar Schiff machen. Vielleicht mag ich nochmal so NoQuali-Ding, ist ganz cool, um mal ein bisschen Luft rauszulassen, auch so Real-Talk-mäßig. Und, jo, ich gucke jetzt noch ein bisschen Fußball. Ja, und Biele-Führer trifft gerne in der 90s Minute oder später, sondern das 10. Mal. Ah, jetzt gerade sind die Mannschaften nicht drin gewesen, die jetzt spielen. Ich gucke mir gerade St. Pauli gegen Braunschweig an. Erste Halbzeit ist rum, es steht 0-0, aber die Schrauben stehen gut, dass St. Pauli vielleicht doch noch ein Tor macht und hoffentlich gewinnt. Äh, und, äh, damit ist halt hier Feierabend. Ich habe die 5 Minuten geknackt, herzlichen Glückwunsch, hier wollte ich gar nicht quatschen, aber man sieht sich irgendwann. Tschüss.